Hallo YouTube-Land, ich hoffe dir geht's gut. In diesem Video geht's mal wieder um den niederländischen Elektronikkonzern Philips und ihre Entwicklung der 90er Jahre, die CDI. Die eierlegende Wollmilchsau wurde zum teuren Flop. Dabei hatte der Media Player wirklich Potenzial. Bleibt dran, es wird interessant. Über die Tops und Flops von Philips habe ich ja bereits ein Video gemacht. Das verlinke ich mal hier. Ja, eins der größten Tops war natürlich die Entwicklung der Kompaktkassette. Das war 1963 und eröffnete Philips wirklich einen Erfolg. Zunächst als Diktiergerät geplant, war am Ende die Qualität der Kompaktkassette so gut, dass man richtig prima Musikaufnahmen machen konnte. An den Erfolg der Kompaktkassette wollte man dann mit der DCC der digitalen Kompaktkassette anknüpfen. Das Gerät wurde 1992 von Philips auf dem Markt vorgestellt und war sogar abwärtskompatibel. Ich habe da auch ein Video zugemacht. Ich finde die DCC richtig gut. Faszinierendes Format. Erstmal, dass man seine alten Kassetten in den Geräten noch abspielen konnte und dass man dann richtig gute digitale Aufnahmen machen konnte. Aber leider kamen die Minidiscs von Sony auf den Markt und da half es auch nicht, dass es tragbare DCC-Rekorder gab. 1996, ein Riesenflop, war Schluss mit der DCC. Weniger als mehr erfolgreich für Philips war die Entwicklung der Laserdisc. Das Format wurde ja am Ende dann von Pioneer übernommen. Aber die technischen Innovationen nutzte Philips gemeinsam mit Sony, um die CD zu entwickeln. Die ist ja bis heute ein wunderbares Medium. Aber aus der CD dachte man sich, kann man ja mehr machen. Und so setzte sich Philips daran und entwickelte die Compact Disc Interactive. Die hatte so wie die CD 744 MB Speicher, aber man konnte 72 Minuten Video auf eine CD packen und viele interaktive Programme auf dieser CD verewigen, Enzyklopädien, Entertainment und so weiter. Ja, und was das genau bedeutet, das schauen wir uns nach meinem kleinen Werbeblock an. Bitte abonniert meinen Kanal, Daumen hoch oder weiterschicken. Schreibt gerne was in die Kommentare, vor allem zur CD-i würde mich freuen. Also Werbeblock aus und weiter geht's. Die erste Generation, die 100er Serie, wurde 1988 auf der CD-ROM-Konferenz vorgestellt. Bestand aus drei Komponenten und richtete sich erstmal an professionelle Anwender. Mit der 200er Serie kamen im Dezember 1991 die ersten Geräte für den Heimgebrauch auf den Markt. Zunächst mit 799 Dollar ausgepreist, senkte Philips den Preis ganz schnell auf 599. Die Geräte verkauften sich nicht so gut. Bei uns wurde auch ordentlich die Werbetrommel gerührt. Mirko erklärt die Vorteile von CD-i. Hallöchen! CD-Player brauchen Sie jetzt nicht mehr. Ja! Spielkonsole können Sie in Zukunft drauf verzichten. Videoplayer kann auch weg. Denn der Philips-CD-Player kann nicht nur Ihre Musik-CDs abspielen, sondern auch Videospiele und Spezialprogramme. Kinofilme und Musikvideos! Und sogar Ihre Urlaubsdias. Philips-CDI. Vier in einem. Das ist Wahnsinn! Ja, Wahnsinn, dachten sich die Philips-Leute wahrscheinlich auch, als sie sahen, dass das Ding floppte. Ja, Kernstück eines jeden CD-Players war die sogenannte Videocartridge. Die war bei den teuren Geräten dabei und musste bei den günstigen Einsteigergeräten später erstmal dazu gekauft werden. Ja, das merkte sich der Käufer und die CD-I-Geräte blieben im Regal liegen. Dabei war man bei Philips im Variantenreichtum bemüht. Zum Beispiel mit dem Mini-HiFi 380i. Auch tragbare Varianten vom CD-I-Player gab es. Ja, dafür verlangen heute Verkäufer fette Summen, weil die Dinger sind selten und rar. 1994 kam die 400er Serie auf den Markt. Ja, dazu dann gleich ein bisschen mehr. Mit der 600er, da war man nochmal im professionellen Bereich tätig. Und das letzte Modell war dann der 740er. Ja, und eine Variante, eine Kuriose gab es dann auch. Einen kleinen Fernseher mit CD-I eingebaut. Ja, und Zusatzsachen gab es auch noch, wie zum Beispiel eine Maus für Computerprogramme, wo man die einsetzen konnte. Fernbedienungen für den Philips CD-I-Player und für die lieben Kleinen, ein Rollerball mit dicken Tasten. Ja, und jetzt zu dem Gerät, was ich mir geholt habe. Na klar, ich konnte nicht anders. Und das ist in diesem Karton sehr gut verpackt. Vielen Dank an den Versender. Ein Philips CD-I 450. Zuschlagen musste ich hier, weil dabei war ein Gamepad. Es war die Video-Cartridge dabei und das Gerät ist in einem makellosen Zustand. Ja, und viele CDs gab es auch. Das hier ist die Tutorial-Disc und dazu ganz viele Education-Disc, so wie das hier. Ihr müsst euch natürlich vorstellen, 1991, als das rauskam, da gab es kein Internet. Und wollte man sich irgendwie weiterbilden oder informieren, dann hat man eben sowas genommen. Da konnte man dann sogar Gitarre lernen. Ja, und einige Spiele sind auch dabei und sogar ein Film. Ja, das gucken wir uns gleich mal genau an. Ich habe die ganzen Dinger mal durchgetestet, durchgespielt oder mal kurz angeguckt. Alles funktioniert. Ja, und alles macht auch irgendwie Spaß. Ja, und ganz witzig finde ich natürlich auch, dass einer der absoluten Klassiker dabei ist. Das hier Tetris. Und das zu spielen ist genauso spannend wie immer. Ja, hier nochmal die Übersicht, was alles Schönes dabei ist. Mein Philips CD-I 450. Ein Top-Loader. An dieser Stelle schöne Grüße nach Belgien. Ja, 2691 Checker hier. Wenn der dieses Video sieht, bitte unbedingt was in die Kommentare schreiben. Also das würde mich echt interessieren. Ja, und was könnte man da alles anschließen oder kann man anschließen an dieses Gerät? Vorne ein Controller. Leider nur eins bei dem Teil. Also zu zweit kann man da keine Spiele spielen. Hinten, was aussieht wie so ein Eingang für den ISDN, ist der Stromeingang. Dann gibt es noch Audio links und rechts, Out und Video und ein DC-Out für einen externen HF-Modulator. Ja, und den An- und Aus-Knopf, den hat man auch schön an der Seite platziert. Das ist standardmäßig als Controller dabei und will ich dieses Ding an meinen Fernseher anschließen. Dafür ist dabei so ein SCART-Anschluss. Zum Glück hat mein Fernseher das ja noch. Das kennt ihr ja aus anderen Videos. Also es wird Zeit, das Gerät mal einzuschalten und zu gucken, was für ein Menü dann erscheint. Erstmal hier auf dem Fernseher und dann habe ich das mal hier gecaptured, wie man so schön sagt. Damit das nicht ganz so wackelig ist, die Nummer. Und wir gucken uns mal die Optionen an. Ja, CD, General, Zeit und Speichern kann man sich auswählen. Und jetzt gehen wir erstmal in die Zeit- und Datumsoption. Kann man da einstellen mit dem Datum von heute mehr oder weniger. Dann CD-Audio, da gibt es auch so Grundfunktionen, die man hinterlegen kann. Auto-Shuffle, Auto-FS-Repeat. Ja, so ein paar Sachen. Später, wenn man eine CD einspielt, sieht man natürlich noch ganz andere Menüs. Dann so allgemeine Sachen wie Auto-Play, On-Off, Volume, was da rauskommt, laut-leise. Time-Dim, ja, Exit machen wir da mal und da gehen wir wieder raus. Ja, und Storage, da kann man halt Spielstände speichern. Ich habe da so ein bisschen dran rumgespielt und da sind zwei Spielstände gespeichert. Ich glaube, das sind meine, vielleicht auch nicht. Weil dieser Chip, den man dazu braucht, da ist eine Batterie drin und die kann leer sein. Kann man dann ergänzen oder ersetzen. Ja, da gibt es Videos, das zeige ich euch später mal. Ja, das sind auf jeden Fall die Interactive-Optionen. Und wenn ich eine CD höre, dann habe ich sowas im Menü. Also bei mir ist es ja ein Top-Loader. Es gibt ja andere Geräte, die dann wirklich wie so ein CD-Player mit eigenem Display funktionieren. Hier wird das Display über den Fernseher übernommen. Und wie ihr seht, sind das die Optionen. Eigentlich ganz übersichtlich und anschaulich. Da kann man dann durch die Tracks klicken. So wie ich das hier mache. Ja, von 3 auf 4. Man kann scannen, schaffen, repeat und die Grundinformationen für die CDs werden auch angezeigt. Also als CD-Player durchaus zu gebrauchen. Aber man braucht halt bei dem 450 dafür einen externen Monitor. Aber das hat man ja, wenn man das Ding an den Fernseher angeschlossen hat. Und hier mal zum Gucken, das ist diese Video-Cartridge, die halt unbedingt dabei sein muss. Manch einer bietet bei Ebay dieses Gerät an und dann ist da keine Video-Cartridge drin. Macht keinen Sinn, denn ansonsten kann man sowas hier zum Beispiel gar nicht schauen. Das ist ein Film, den habe ich schon seit ewigen Zeiten. Und den nehmen wir mal, um auszuprobieren, wie das mit den Filmen funktioniert. Ja, will ich einen Film schauen? Da gab es ja die Video-Disc hier von Philips und anderen halt hergestellt und auch entwickelt. Und das ist das Menü. Finde ich eigentlich ganz gut. Recht übersichtlich. Das ist das, was es vor der DVD gab. Da gab es halt die Filme so zu gucken und zu kaufen. Was mir ganz gut gefällt ist, ja, diese Auflösung ist natürlich so ein bisschen grob pixelig. Aber wenn ich auf dem Sofa sitze und meine Brille abnehme, dann sehe ich sowieso keinen Unterschied. Also Filme gucken kann man damit sehr gut. Der Sound bei Filmen, der hat mich auch überzeugt. Ist ja Stereo und so Dolby und so weiter gibt es auch, wenn man entsprechend das im Fernseher hinterlegt hat. Die Menüführung ist auch prima. Eigentlich so, wie es von der DVD dann auch war. Aber natürlich gibt es da nicht so schöne Optionen wie verschiedene Sprachen oder so Hintergrundsachen. Naja, also so ein paar Abstriche musste man halt machen mit der CD-I. Aber damals konnte man wenigstens damit Filme gucken. Tja, und warum war das dann nicht so ein durchstoßender Erfolg? Tja, war wahrscheinlich etwas zu spät, denn die DVD kam ja auch kurz danach auf den Markt. Und die war einfach besser. Besser von der Auflösung, besser von den Features. Jetzt kommen wir mal zu den Spielen. Denn Philips hat dann ganz schnell eingesehen, dass Education nicht reicht und hat dann Spiele produziert. Spiele wie das hier, ein Golfspiel. Ja, konnte ich auch schön vom Sofa spielen. Anzahl der Spieler, ja also man konnte nicht zwei Ports anschließen, aber man konnte auf jeden Fall zu viert spielen. Dann wahrscheinlich, jeder nimmt mal diesen Controller. Das ist ein Paar 4-Loch, 315 Meter lang, mit einem blinden zweiten Schlag. Ja, war so ein bisschen anspruchsvoll am Anfang, das mal auszuprobieren. Aber Golf. Ein 320 Meter langes Paar 4-Loch. Auf keinen Fall schleißen. Genau, das Wasser auf der rechten Seite sollte man lieber vermeiden. Ja, habe ich natürlich sehr oft reingeschlagen. Egal, hat trotzdem Spaß gemacht. Ein weiteres interessantes Spiel, was ich habe, ist Chaos Control. Die Jagd beginnt hier und jetzt, so ein Science-Fiction-Spiel. Da könnte man denken, das sind alles Grafiken. Aber wie das Spiel funktioniert ist, das sind eigentlich Filmsequenzen, die auf der CD drauf sind. Und über diese Filmsequenz ist dann irgendwie so ein Shooter-Teil drüber gelegt. Das heißt, man fliegt einfach nicht selbst. Das ist alles auf der Filmsequenz drauf. Sondern man setzt dieses Zielfernrohr an und knallt einfach alles ab. Und wenn man trifft, wird dann dieser Flieger ausgetauscht. Ja, dann machen wir mal Pause. Und wir gucken uns eine Education-CD an. Und zwar die über die Geschichte des Jazz. Die finde ich persönlich richtig nett so. Wie gesagt, Internet gab es nicht. Und wenn man sich über ein Thema ein bisschen weiter informieren wollte, und es sollte interessant sein, dann hat man sich sowas gekauft. Hier kann man über ganz viele Jazz, Musiker und Komponisten was erfahren. Hier haben wir Miles Davis. So komisch grafisch veränderte Bildchen mit ein bisschen Text und die Musik von dem Künstler im Hintergrund. Ja, kann man sich mal angucken. Ist aus der Brille 2024 natürlich nicht mal so der Burner. Aber macht trotzdem Spaß. Kann man schön auf der Couch sitzen, nimmt man sich seinen Game-Controller und kann, wie hier, ein bisschen was über die Geschichte von Sankt Petersburg und die Kunst erfahren. Tja, eigentlich kann doch CD-i jede Menge, oder? Warum wurde es dann damals nicht gekauft? Denk mal, der Schwerpunkt lag einfach darauf, dass Leute Spiele wollten. Tja, und da gab es eine große Konkurrenz. SuperNintendo hatte damals noch Cartridges. Aber auch bei Nintendo sah man ein, dass die Zukunft in der CD oder CD-ROM liegt. Deshalb hat man da auch mit Philips am Anfang zusammengearbeitet, um so ein Gerät zu entwickeln. Man trennte sich dann aber leider. Und die Konkurrenz schlief nicht. Auch von Sega gab es ein CD-basierendes Game-Gerät. Tja, für Philips wurde die Luft dünn und man machte immer mehr Werbung. Zum Beispiel diese hier. Ja, in den USA wurden ja die Philips-Geräte unter dem Namen Magnavox verkauft. Und hier in so einem Werbespot im Fernsehen sieht man schon so ein bisschen, ja, wie wahrscheinlich bei Philips die Muffe ging. Ganz einfach sollte man da anrufen und seinen nächsten Händler finden. Philips versuchte die Konsumenten wirklich davon zu überzeugen. Die vielen Features, Musik, Foto, Interactive City, Movies. Ja, alles für 299 Dollar, 99. Ganz einfach, einmal anrufen und schon hat man sein Gerät gefunden. Tja, aber leider konnte niemand damit überzeugt werden. Denn Sony brachte dann seine Playstation und dann war der Drops gelutscht. Da half es Philips auch nicht, dass sie durch ihre Kooperation mit Nintendo sogar Rechte hatten und Zelda- oder Mario-Spiele auf den Markt bringen durften. Ja, aus heutiger Sicht, Sammler zahlen viel für diese Spiele, aber damals wollte die einfach keiner haben, denn Nintendo war einfach besser mit seinen Konsolen und Philips sah da ziemlich alt aus. Der letzte Versuch war dann so eine Art Adapter, um als Office-Funktion sogar E-Mails lesen zu können mit seinem Philips-CDE. Aber PCs mit CD-ROM-Geräten wurden einfach so günstig, keiner wollte CD-E kaufen. 1996 zog der Vorstandsvorsitzende von Philips-Core-Bohnstraat an den Stecker und es war mit dem Projekt CD-E für Philips vorbei. Wenn ihr so wie ich verlorene Formate interessant findet, ein Einstieg in CD-E ist natürlich heute auch noch möglich, aber nur mit gebrauchten Geräten. Da gibt es bei Ebay und Kleinanzeigen eigentlich ein ganz gutes Angebot und wenn man sich tiefer damit beschäftigen will oder sein kleines Gerät ein bisschen tunen möchte, dafür gibt es sogar interessante Nerd-Seiten, die verlenke ich euch mal. Ja, also CD-E ist noch lange nicht tot, Philips und vergessen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Film. Wenn ja, Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare, aber immer höflich bleiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht's gut! mapa bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.